Was machen Sie da, Frau Schneider? Jetzt sehen Sie doch, ich schwimme. Kommen Sie mal lieber raus, das ist nicht gut. Warum soll das nicht gut sein? Ich sage ja nicht, dass es schlecht wäre. Ich meine, es ist positiv. Das macht jetzt seit 60 Jahren, Polizist Müller. Kann man bitte einmal zu Ende reden? Könnte es sein, dass der Mann hier ständig unterbrochen wird? Was haben Sie gesagt? Baden ist nicht... Mit der Badekappe hören Sie nicht so gut. Baden ist nicht gut. Wasser ist nicht gut für Sie. Warum soll das nicht gut sein? Das ist jetzt so. Muss man alles erklären? Ja. Ich bitte darum. Das ist deshalb nicht gut, weil Wasser keine Probleme löst. Was für Probleme denn jetzt? Kann man einmal zu Ende reden. Einmal einen komplexen Gedanken verbal zu Ende führen. Wie oft ist es nicht auch so, dass einem oft im Moment der Formulierung die entscheidenden Gedanken kommen?